Hallo, habt ihr diese Warnung schon mal gesehen? Und ist es wirklich ein Sicherheitsrisiko? Naja, das hängt eben davon ab, wo einem die Warnung begegnet. Begegnet sie mir bei meinebank.de, Online-Geschäft XY, dann würde ich sagen ja, weil diese Unternehmen kaufen sich ein Sicherheitszertifikat, ein HTTPS-Zertifikat. Und das hier ist jetzt ein lokaler Server von mir. Warum soll ich mir für mein privates Netzwerk ein Zertifikat kaufen? Das heißt, die Frage ist, ob das wirklich ein Sicherheitsrisiko ist, hängt davon ab, welche Webseite ich besuche. Ist es eine Informationswebseite von irgendjemand, der das halt möglichst kostenlos anbieten möchte und dort werden keine Geschäfte gemacht? Was weiß ich, also wo sollte das Sicherheitsrisiko sein? Wenn das von einer Bank käme, die hat sich garantiert ein Zertifikat gekauft, dann könnte es sein, dass ich gerade nicht auf meiner Bankseite bin, sondern auf irgendeinem Server. Da sollte das nicht passieren. Wenn ich also beschlossen habe, dass es kein Sicherheitsrisiko ist, kann man hier auf erweitert klicken und das Risiko akzeptieren und fortfahren und dann landet man auch auf dieser Webseite. So ein gültiges HTTPS-Zertifikat kann man sich ansehen, indem man hier auf das Schlosssymbol klickt und dann hier auf Verbindungssicher und dann auf weitere Informationen und dann bekommt man hier die Möglichkeit, das Zertifikat anzuzeigen. Und in diesem Zertifikat steht eben drin, wer hat dieses Zertifikat, wer hat es ausgestellt und für welche Domains gilt es. Und das ist natürlich auch ein schöner Ermittlungsansatz, weil ich sehe hier jetzt, okay, Amazon, 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 Amazon.de also alles für Amazon.de aber auf einmal sehe ich auch eine komplett neue Domain, die zu demselben Sicherheitszertifikat gehört, nämlich AmazonBrowserApp.de Das heißt, hier kann ich sehen, welche Webseiten praktisch mit dieser Webseite zusammenhängen und vielleicht könnte das zum Beispiel bei Fake Shops oder so interessant sein, um zu gucken, gibt es noch andere. Ja, das war es schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018